Stell dir vor, du könntest deine Lieblingsfilme in einer Qualität erleben, die die Realität nahezu übertrifft. Der 65 Zoll Samsung QN800D verspricht genau das mit seiner 8K Auflösung und zahlreichen fortschrittlichen Technologien. Aber hält dieser Fernseher was er verspricht? In diesem umfassenden Review werden wir die Details und Funktionen dieses Modells genau unter die Lupe nehmen. Der Samsung QN800D beeindruckt auf den ersten Blick durch sein schlankes und modernes Design. Die nahezu rahmenlose Optik lässt den Fernseher edel und elegant wirken. Mit einer Dicke von nur 1,5 cm ohne Standfuß passt er perfekt in jedes Wohnzimmer, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Der zentrale Standfuß sorgt für Stabilität und fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Die Rückseite ist ebenso gut durchdacht. Die Anschlüsse sind so platziert, dass Kabel elegant verborgen werden können, was für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild sorgt. Jetzt den Samsung QN800D auf Amazon entdecken! Der Bildschirm des Samsung QN800D ist zweifelos das Highlight dieses Modells. Mit einer 8K Auflösung bietet er eine Bildqualität, die viermal höher ist als bei 4K-Fernsehern. Dies sorgt für eine beeindruckende Detailgenauigkeit und Klarheit. Die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht tiefere Schwarzwerte und eine höhere Helligkeit, was besonders bei HD-Einhalten zur Geltung kommt. Trotz dieser beeindruckenden Technologie hat der Bildschirm jedoch einige Schwächen. So wurde berichtet, dass es bei dunklen Zehen zu einem sogenannten Blooming-Effekt kommen kann, bei dem helle Objekte von einem leichten Halo umgeben sind. Erlebe die beeindruckende Bildqualität des Samsung QN800D jetzt auf Amazon. Die Audio-Technologie des Samsung QN800D ist ebenso beeindruckend wie seine Bildqualität. Das integrierte Object Tracking Sound Plus System sorgt dafür, dass der Ton den Bewegungen auf dem Bildschirm folgt, was zu einem immersiven Klangerlebnis führt. Die Lautsprecher sind so angeordnet, dass sie einen weiten Klangraum erzeugen, wodurch Dialoge Klar- und Umgebungsgeräusche detailliert wiedergegeben werden. Allerdings fehlt es etwas an Bass, was bei besonders basslastigen Szenen auffällt. Tauche ein in ein immersives Klangerlebnis mit dem Samsung QN800D jetzt auf Amazon. Das Samsung QN800D nutzt das Tizen OS 7.0, das eine Vielzahl von Smart-TV-Funktionen bietet. Das Betriebssystem ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine nahtlose Integration in ein Smart-Home. Mit der SmartThings-App kann der Fernseher über das Smartphone gesteuert und Inhalte können drahtlos übertragen werden. Außerdem unterstützt der Fernseher eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Anwendungen, sodass keine Wünsche offen bleiben. Dank der HDMI 2.1-Anschluss ist der Fernseher auch bestens für die neuesten Konsolen und Gaming-PCs geeignet. Entdecke die smarten Funktionen des Samsung QN800D jetzt auf Amazon. In diesem Abschnitt werden wir die Hauptnachteile und Vorteile des Samsung QN800D auflisten, um dir einen umfassenden Überblick zu geben. Nachteile Niedriger Kontrast im Vergleich zu OLED-Panels Blooming-Effekte bei HD-Einhalten Hoher Preis Vorteile Überragende 8K-Auflösung Hervorragende Spitzenhelligkeit Intuitive Smart-TV-Funktion Immersives Audio-Erlebnis durch OTS Plus Teile deine Meinung zu diesem Fernseher in den Kommentaren. Der Samsung QN800D ist zweifelslos ein beeindruckender Fernseher, der sowohl in Bezug auf Bildqualität als auch auf Funktion überzeugt. Trotz einiger kleinerer Schwächen bietet er ein hervorragendes Gesamtpaket, das vor allem Technik-Begeisterte und Cineasten ansprechen dürfte. Vergiss nicht unseren Kanal zu abonnieren und diesem Video ein Like zu geben, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal!